So, es geht weiter mit den großartigen Cole Porters. Ihr dürft gerne mal ganz laut klatschen, bitte. Ein schöner Tag wird jetzt mit noch mehr schöner Musik bereichert. Und zwar sind die Cole Porters eine Bluegrass-Kombo. Und um den sympathischen Frontman Sid Griffin. Großen Applaus bitte dafür. Und ja, die britisch-US-amerikanische Gruppe hat einen neuen Stil des Bluegrass kreiert. Und zwar den Alternative Bluegrass. Und das könnt ihr euch jetzt mal anhören. Viel Spaß und einen großen Applaus für die Cole Porters, bitte. Vielen Dank. Applaus Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020